Berina, ich hätte jetzt aber drei Kandidaten für dich, ganz heiße. Und zwar sind das die Bierzeltkönige, die Könige der Live-Auftritte. Oh, die kenne ich, die kenne ich. Ja, definitiv. Sie haben über 100.000 Facebook-Fans, sind drei unterfränkische, sympathische Jungs und hier sind für euch OZAPFDIS mit den Dorfrockern. Sie ist so jung, sie ist so schön, man sieht sie jeden Tag. Zu allem rauf gehen, sie macht das Heu, sie merkt die Kuh und isst mit jedem Schaf auf Du und Du. Und am Abend kommt sie nach Haus und dann holt sie die Glocken raus. Und sie spielt mit viel Gefühl, mit ihrem Glockenspiel. Ding-Dong, Ding-Dong, Klingelingeling, die Glöcklerin von Ding-Dong-Fing. Ding-Dong, Ding-Dong, Klingelingeling, aus Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong-Fing. Es ist so schön, wie sie die Glocken schwingt. Ding-Dong, Klingelingeling, die Glöcklerin von Ding-Dong-Fing. Ding-Dong, Klingelingeling. Das ganze Tal spricht über sie, denn so ein Glockenspiel, das gab's noch nie. Ein jeder Will, sie dabei sehen, man sieht am Abend alle zu ihr. Gehen und beide Johle und viel Applaus, holt sie ihre Glocken raus. Und sie spielt mit viel Gefühl, mit ihrem Glockenspiel. Ding-Dong, Ding-Dong, Klingelingeling, die Glöcklerin von Ding-Dong-Fing. Ding-Dong, Ding-Dong, Klingelingeling, aus Ding-Dong, Ding-Dong-Ding-Dong-Fing. Es ist so schön, wie sie die Glocken schwingt. Ding-Dong, Klingelingeling, die Glöcklerin von Ding-Dong-Fing. Ding-Dong, Klingelingeling. Und am Sonntag, da wird's so richtig nett. Da spielt sie mit ihr das Beste im Duett. Ding-Dong, Ding-Dong, Klingelingelingeling. Die Glöcklerin von Ding-Dong-Fing. Ding-Dong, Ding-Dong, Klingelingeling, aus Ding-Dong, Ding-Dong-Ding-Dong-Fing. Es ist so schön, wie sie die Glocken schwingt. Ding-Dong, Klingelingeling. Die Glöcklerin von Ding-Dong-Fing. Ding-Dong, Klingelingeling. Ding-Dong, Klingelingeling. Ding-Dong, Klingeling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017